Was wichtig ist, ist die Kombination von Wissen und Kreativität und darum geht es uns auch und die Kombination von Wissen und Praxis. Wenn Kinder lernen, dass es um was geht, dann hängen sie sich auch richtig rein und ein Thema ist, glaube ich, auch, dass wir viel zu spät damit anfangen. Das Haus der kleinen Forscher, was ja vielen sicher bekannt ist, das sagt ja ganz klar, wir müssen schon im Kindergarten anfangen, die Kinder zu begeistern, zum Beispiel für die MINT-Fächer für Technik für Naturwissenschaften, das gilt aber genauso auch für alle anderen Themen in unserer Gesellschaft. Die Projekte, die die Wissensfabrik entwickelt hat, die zielen eigentlich alle darauf ab, dass Kinder dabei etwas lernen und zwar mit Herz, Hand und Verstand. Sie begeistert sind, ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen von Hüter und Kollegen, dass die Begeisterung notwendig ist, um sich wirklich in ein Thema zu vertiefen, aber es gehört eben auch die Praxis dazu. Das Projekt School to Startup, das haben wir entwickelt für die weiterführende Schule und zwar geht es dabei darum, dass Schüler selbst ein Unternehmen gründen. Da geht es darum, die ganze Klasse entwickelt gemeinsam eine Geschäftsidee. Das ist schon mal die erste Hürde, man muss sich gemeinsam in einem Prozess einigen darauf, welche Geschäftsidee man umsetzen möchte. Da gibt es manchmal auch Tränen, weil viele meinen, sie haben eine gute Idee, aber man muss sich eben in einem demokratischen Prozess dann auch auf ein Produkt einigen. Im nächsten Schritt geht es dann weiter, dass wirklich gemeinsam eine Idee entwickelt wird, wie man diese Geschäftsidee umsetzt. Da geht es zum Beispiel auch darum, zur lokalen Bank zu gehen und sich einen Kredit zu besorgen. Das ist für manche Schüler ein interessanter Schritt, weil eine Bank verlangt ja auch eine Sicherheit und vielleicht muss ich da mal meinen iPod hinterlegen. Und dann habe ich vielleicht hinterher auch nochmal eine andere Motivation, mir zu überlegen, wie die Bilanz des Unternehmens aussieht und ob ich da vielleicht am Ende meinen iPod auch wiederbekommen kann. Wir stellen also fest, dass lernmüde Schüler, Schüler, die in bestimmten Fächern gar keine Kompetenzen hatten, bei diesem Projekt außergewöhnliche Talente zeigen. Ein Schüler, der vorher nicht rechnen konnte, kann plötzlich wunderbar eine Bilanz erstellen, weil er motiviert ist, vielleicht seinen iPod wiederzubekommen oder weil er einfach motiviert ist, zu sehen, dass es ja um was geht und dass vielleicht am Ende für ihn auch noch etwas übrig bleibt oder die Klasse gemeinsam einen tollen Ausflug unternehmen kann durch das Projekt, was sie zusammen realisiert hat. Das gleiche mit Deutschkenntnissen. Schüler, die vorher sehr mühsam nur Aufsätze geschrieben haben, sind plötzlich wunderbar motiviert im Formulieren von Sätzen für einen Prospekt, in dem das jeweilige Produkt angepriesen wird.